Wir sind heute hier und protestieren gegen die IAA. Wir sind hier mit einer massiven Polizei aufgebaut, aber die Laune ist trotzdem gut. Man sieht, die Leute sind gut drauf und wollen sich hier in das System widersetzen. Die wollen sich dem widersetzen, dass die IAA unsere Stadt einnimmt mit ihrer scheiß Greenwashing-Show. Und das werden wir heute bis zur IAA fortbringen und laut sein und kraftvoll sein. Und das werden wir heute bis zur IAA. Wir sind heute bis zur IAA. Wir sind heute bis zur IAA.